Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wie ihr euer Kontaktbild vom Mac ändern könnt. Ja dazu geht ihr in die Systemeinstellung, danach klickt ihr auf Benutzer und Gruppen. Hier seht ihr dann schon eure Daten mit dem Bild natürlich. Da müsst ihr jetzt draufklicken und hier seht ihr dann von Apple vorgegebene Bilder. Hier seht ihr nochmal welche Bilder ihr alle schon verwendet habt und hier unter dem Tab Kamera könnt ihr ein eigenes jetzt aufnehmen. Ja wir bleiben einfach mal in Letzte und gehen in den Finder unter Bilder und wählen dann unser Bild aus. Und dann können wir hier einfach das Bild reinziehen. Den Finder können wir dann schließen. Das können wir hier dann noch skalieren und positionieren, wie wir es haben möchten. So lasse ich es jetzt mal. Und danach klicken wir einfach auf Fertig und dann haben wir unser Kontaktbild geändert. Ja das war's mit dem Video. Ich hoffe euch hat es weitergeholfen. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Ciao! Abonnieren, kommentieren, 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 kommentieren.